Moin und hallo zu einer kleinen Infovideo. Ja, es ist soweit, mein Community-Server ist am Start auf der MicMap im LS15. Wie schon seit langem angekündigt, habe ich das jetzt mal in die Realität umgesetzt. Ich möchte mich kurz bedanken für bei Fabi, dass er sich bereit erklärt hat, den Server zu buchen, sage ich jetzt mal. Und ja, danke schön, danke schön. Ich hätte das nicht fertig bekommen. Und ja, wie könnt ihr mitmachen auf dem Community-Server, ihr kommt einfach auf meinen TS, der TS-Link wird gerade eingeblendet. Dann geht ihr bei mir auf die TS-Channel, downloadet euch die Mods und ja, dann könnt ihr einfach auf den Server joinen und könnt dann mitmachen. Es ist ein 24-7-Server, das heißt, der Server läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also immer. Und es gibt mehrere Server-Admins hier oben, die kaufen euch dann die Maschinen und alle anderen möglichen Sachen, Felder und so. Und ja, es heißt Community-Server, das heißt, dass die Community entscheidet, was gekauft wird. Also wenn die Community sagt, wir kaufen Feld 20 und das Geld ist dafür da, dann kaufe ich ihnen Feld 20. Und ja, ich würde sagen, kommt auf meinen TS, kommt auf den Server, kommt mit, spielt mit, keine Altersbeschränkung, also bringt Lust und Laune mit für LS und kommt auf meinen Server. Ja, ich würde sagen, das war's zu dem kleinen Infovideo und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder und auf dem Server. Tschüss!